Oh Gott, jetzt ist ja auch schon fast wieder 12, naja gut, 5 nach 23 Uhr, 6 nach 23 Uhr. Jetzt kam dann auch mal wieder was rein vom Hartz IV Newsletter. Ich möchte da nun mal loswerden in einer Sache. Nach wie vor muss man dem System Paroli bieten. Wer es denn schauen möchte, sehr gerne bei Bitshoot, bei VK, die sich den Trailer bei WegnewsTV aufrufen. Kennt ihr ja den entsprechenden Link kopieren zur Lieblingsplattform, um zur Lieblingsplattform zu gelangen. Und dann sehen wir uns vielleicht auch gleich wieder. Tschüss.